So, meine lieben Fußballfreunde, in diesem Sinne ein herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV auf meinem kleinen FCK-Kanal. Ja, schon melde ich mich wieder, Leute. Die Zeit drängt, die Zeit drängt. Es ist nun Sonntag. Das Vorberichtsvideo für den KSC muss jetzt hier produziert werden. Denn der FCK spielt ja schon am Dienstag gegen den Karlsruher SC. Gestern mitten in der Nacht habe ich mir noch die zweite Hälfte der Partie angeschaut gegen Bielefeld. Denn die war natürlich wichtig, dass ich dazu was sagen kann. Ich war nämlich in Lauterland auf dem Konzert und aus diesem Grunde konnte ich mir das Spiel nicht anschauen. Wusste natürlich schon während des Konzerts, dass der FCK das Spiel in Bielefeld letztendlich mit 3 zu 2 gewonnen hat. Gott, es sei dann ganz, ganz wichtige drei Punkte. Ob verdient oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wenn man 2-0 führt, ein Mann mehr ist und es dann wirklich schafft, noch zwei Gegentore zu kassieren, ist der Sieg nicht wirklich verdient. Aber mir ist es vollkommen wurscht. Es gab so viele Spiele in der Saison schon, wo der FCK hätte gewinnen müssen, wo sie wirklich unverdient einen Punkt nur geholt haben. Oder ja, ich glaube, die Niederlagen waren bis jetzt alle gar in Ordnung, die zwei, wo es gab. Paderborn, unglücklich, 1-0 mit einem Mann weniger, aber gegen Regensburg, weine Fresse, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Total Versagen der Mannschaft. Gut, jetzt geht es am Dienstagabend 1830 gegen den Karlsruher SC. Derby nach vielen, vielen Jahren. Und das letzte Mal, dass der FCK gegen Karlsruhe gespielt hat in der 2. Liga, das war am 29. April 2017 in Karlsruhe. Da gewann der FCK übrigens mit 3-1 und die damaligen Torschützen waren Chibilko, Kergun, Zuna, wann ich das jetzt richtig ausspreche. Oder Zua, Zua, ja dieser Afrikaner, wie das war. Das war eigentlich gar kein schlechter Stürmer. Die letzten beiden Heimspiele waren beide 2016. Einmal im November und einmal im April. Beide gingen 0-0 aus. Das habe ich genauso in Erinnerung. Der FCK ist gegen Karlsruhe in der 2. Liga insgesamt zwölfmal angetreten. Und ich gucke jetzt gerade mal, wie oft der FCK zu Hause gewonnen hat. Zweimal konnte der FCK zu Hause gegen Karlsruhe gewinnen. Alle anderen Partien gingen unentschieden aus. 1-1 oder meistens 0-0. Es gab auch mal 2013 ein 2-2. Da schaue ich mir das gerade mal kurz an, wie der FCK durch Schimonek gingen in Führung. Da haben sie einen Ausgleich bekommen. Oh mein Gott, Willi Orban 2-1. Wenn der FCK dann doch noch das 2-2 kassiert. Also es ist schon sehr lange her, dass der FCK gegen Karlsruhe gewonnen hat. Und genau das weiß ich. Und genau das habe ich auch im Nachberichtsvideo nach der Partie gegen Bielefeld angesprochen. Der FCK hat schon ewig keitig gegen Karlsruhe zu Hause gewonnen. In der 2. Liga. Und ich glaube in der 3. Liga, ich weiß gar nicht, wie oft hat der FCK in der 3. Liga gespielt. In der 3. Liga gab es sogar nur 2 Begegnungen. Einmal in Karlsruhe und einmal zu Hause. Und auch da konnte der FCK zu Hause nicht gewinnen. Ging 0-0 aus. Aber dafür gewonnen sie damals 2019 in Karlsruhe 0-1. Jo. Also, ja. Auswärts sieht es da wieder besser aus wie zu Hause, was die Karlsruhe-Spiele angeht. Also meine Vorhersage für die letzten 3 Spiele war, Sieg Bielefeld unentschieden Karlsruhe. Und dann in Düsseldorf beim besten Willen. Also, wenn wir dort einen Punkt holen, wäre ich schon mega happy. Aber ich glaube, in Düsseldorf hat der FCK es jetzt immer nur auf die Fresse bekommen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der FCK jemals da einen Punkt geholt hat. Aber ich habe mir die Statistiken jetzt auch nicht angeschaut. Also ich glaube, dass der FCK dann das letzte Spiel noch verlieren wird. Ich hoffe natürlich, dass wir gegen Karlsruhe gewinnen und dass wir in Düsseldorf mindestens einen Punkt holen. Das wäre ein Traum. Mal schauen, ob der Traum in Erfüllung geht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Die letzten Begegnungen 2016, wo ich gegen Karlsruhe oben war, ja. Immer unentschieden. Der letzte Sieg an 2014 hat der FCK auch 2-0 gegen Karlsruhe gewonnen. Also es ist doch nicht ganz so lange her. Die damaligen Torschützen waren ein gewisser Sircan, Larkic und Gauss. Da war der FCK auch noch ziemlich gut. Da hatten sie diese hässlichen, orangenen Trikots. Jo, Leute. Was erwarte ich vom Spiel? Wie gesagt, ich erwarte einen Unschieden. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Ich hoffe immer auf einen Sieg für den FCK. Das ist klar. Ich befürchte aber, dass es wieder einen Unschieden gibt. Der FCK spielt sowieso zu Hause am liebsten Unschieden. Wenn sie nicht gerade mal verlieren. Ich meine, der letzte Sieg war gegen St. Pauli. Das war im August zu Hause. Das ist zu lange her. Aber das Problem ist, Karlsruhe hat 4-1 zu Hause jetzt gegen Kiel verloren. Die sind jetzt sowas von heiß. Und der FCK hat halt jetzt dieses glückliche 3-2 in Bielefeld geholt. Also wenn der FCK sich so anstellt wie gegen Bielefeld, dann kriegen sie die Hütte voll gegen Karlsruhe. Selbst gegen Karlsruhe, die ja wirklich nicht gerade so top sind diese Saison. Aber die zweite Hälfte in Bielefeld war zum Teil wirklich gut mit zwei Toren vom FCK. Dann halt richtig schlecht in Überzahl. 2-0 Führung, noch 2-2. Letztendlich gekrönt aber mit dem 3-2 Sieg. Und das ist natürlich dann richtig geil. Und das ist dann auch ein Kompliment an die Mannschaft, dass sie sich halt eben nicht aufgegeben haben. Das ist einfach top. Boah, aber gegen Karlsruhe, die müssen so eine Leistungssteigerung da nochmal bringen. Dass sie endlich mal schaffen. Vor allem zu Hause wieder mal Tore zu erzielen. Auch bei die Null halten. Das ist ja nicht uns so oft gelungen der Saison. Es wird ein Derby, das Stadion wird voll sein. Aber es ist halt auch so beschissen. Ich meine, da muss man wirklich ein Derby gegen Karlsruhe auf die englische Woche legen. Unter der Woche, 18.30 Uhr. Das ist ein so dermaßiger Arschstritt für alle Fußballfans. Auch die Karlsruhe werden bestimmt begeistert sein. Dass sie am Dienstagabend nach Lautern reisen müssen. Ich meine, es gibt Leute, die müssen noch arbeiten in diesem Land. Weil sonst... Ja, gehen bald sowieso die Lichter aus. Aber... Also... Jo. Das ist so typisch DFB. Das ist... Also typisch Deutscher Fußballbund und so weiter. All die dafür verantwortlich sind. Also... Jo. Das ist dann scheißegal, ob die Leute da... sich da hochquälen müssen. Weil ich glaube, wenn das Spiel am Wochenende aufs Vorhinein gelegt worden wäre, dann... Wäre die Hütte richtig voll. So wahrscheinlich so ungefähr so eine Kulisse wie gegen Nürnberg. Vielleicht sogar noch mehr. Aber... Naja gut. Es muss ja jetzt schnell alles beendet werden. Denn die wunderbare WM steht ja vor der Tür. Zum Kotzen. Der FCK spielt dann noch in Düsseldorf. Ich weiß jetzt gerade, ehrlich gesagt, gar nicht, wann die in Düsseldorf spielen. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Da muss ich gerade mal ganz kurz schauen. Das ist dann der 17. Spieltag. Da... Oh. Ui. Das ist ja auch wieder richtig toll. Das ist echt der Witz. Da spielen sie tatsächlich am Freitag 18.30 Uhr in Düsseldorf. Das ist ja wirklich der Witz. Alter, Leute. Was ist das bitteschön für ein Programm jetzt? Was? Am Freitag dann schon? Haha. Hey, das ist wirklich ein Witz. Wir spielen Samstagabend in Bielefeld. Dienstagabend dann gegen Karlsruhe. Und gerade einmal drei Tage später, 18.30 Uhr in Düsseldorf. Alter, Leute. Also ganz ehrlich. Das ist ja aber richtig die Verarsche. Und vor allen Dingen wieder mal Freitagabend, Spiel 18.30 Uhr. Die FCK-Fans werden es sich freuen. Viele nehmen sich dann halt da Urlaub, ne? Ey, das ist ja immer richtig beschissen. Ich dachte, das Spiel ist Sonntag, ne? Ach du Scheiße. Das ist ja auch von... Das ist dann ja auch von mich auch richtig toll. Alter, da muss ich ja... Ach Gott. Ey, wie soll ich das alles zeitlich doch unter den Hut bringen? Ey, das ist echt stramm. Dann muss ich ja noch ohne der Woche irgendwann das Vorberichtsvideo gegen Düsseldorf aufnehmen. Ich habe die Woche so viel zu tun. Das wird richtig geil. Das wird richtig, richtig geil. Na gut, muss ich dann schauen, werden wir schon hinkriegen. Och, ey, das ist echt Witz. Also dieser Spielplan ist ja wirklich total für den Arsch. Der FCK hat dann gar keine Zeit, sich richtig auf die verschiedenen Gegner richtig vorzubereiten. Ich meine, die regenerieren jetzt nach Bielefeld. Haben dann wahrscheinlich eine kurze Trainingseinheit morgen. Und dann ist schon das Spiel gegen Karlsruhe hervorragend. So kann man sich natürlich auch auf den Gegner vorbereiten. Und dann fast dasselbe Spiel. Und dann haben sie immerhin, ja, Donnerstag... Ja, auch, oh, was heißt immerhin? Dann haben sie auch nur Donnerstag-Zeit. Äh, sich auf Düsseldorf vorzubereiten. Und dann Freitag spielen sie dann auch schon wieder. Alter, ist das beschissen. Gott, ist das so beschissen. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber gut, nehmen wir halt an. Muss ja alles jetzt schnell beendet werden. Wie gesagt, wegen dieser beschissenen WM. Und, ja. Dazu wird es auch noch ein Video geben, was ich von dieser WM halte. Und, jo, Leute. In diesem Sinne. Ich hoffe auf einen Sieg von den FCK. Ich befürchte, es geht aber... Mein Tipp ist ein 0-0 oder 1-1. Mein Wunsch ist ein 2-0-Heimsieg. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Denn, wie mir ist aufgefallen, der FCK rollt aktuell seine Statistik von hinten auf. Ähm. Zum Beispiel, als der FCK das erste Mal in St. Hausen gespielt hat, haben sie Unentschieden gespielt. Jetzt, nach vier Jahren Abwesenheit, in der dritten Liga kommen sie zurück und sie spielen wieder Unentschieden. Und das hat es bei ganz, ganz vielen Partien gegeben, dass sie quasi die alten Ergebnisse rausgeholt haben. Ähm. Wie Heidenheim jetzt zum Beispiel. Da hat der FCK damals, glaube ich, auch das erste Mal, wo sie dort gespielt haben, nicht verloren. Haben sie wieder Unentschieden gespielt. Ja. So Dinge halt. Bielefeld. Aktuelles Beispiel. Der FCK hat die letzten beiden Spiele dort verloren, hat aber früher dort fast immer gepunktet und gewonnen. Und das geht jetzt wieder von vorne los. Der FCK hat jetzt wieder gewonnen. Ja. Die rollen das so ein bisschen von hinten auf und aus diesem Grund habe ich die große Hoffnung, wenn es von hinten losgeht, dann gewinnt der FCK das Ding 2-0. Das wäre schon geil. Also das ist mir schon seit einigen, einigen, einigen Wochen aufgefallen, dass das wirklich so ist. Sau interessant. Völlig bekloppt. Aber, naja, wir werden sehen. Fußball ist unberechenbar. Und, ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass der FCK, wie gesagt, das Ding gewinnt. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Meine Fresse, es gibt eine stramme Woche für uns FCK-Fans mit hoffentlich noch mal ordentlich Punkten. Und, ähm, ja, Leute, in diesem Sinne, bleibt alle gesund. Bleibt mit ruhig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Großart, Großart. Hol, liebe annoyed. Barbara wird einen Stuttgart markiert. Hochart.